Willkommen Leute zum Spezialpart, sag ich jetzt mal. Und zwar werden wir jetzt mal ein bisschen aufrüsten, ne? Denn werden wir jetzt auch nicht kurz gesammelt und wir schon einfach mal viel kostet, denn sonst ist ein Silberset. Äh, zu teuer. Aber vielleicht, doch, wir könnten uns zwei Bronze-Sets gönnen. Aufmal sein wir mal. Und was kriegen wir? Mystischerweise kriegen wir welche Karten? Arguila. Aber dafür wieder viele Spielerverträge. Aha. Viele Wappen. Und ein schönes Druck hoch. Ja, alle sind im Verein selten. Nein, nicht sterben verkaufen. An den Verein hinzufügen. Ja, wir können uns einfach nochmal schnell eins. So, mal schauen, was kriegen wir jetzt hier. Holotter. Holotter. Keine Ahnung, wie man da spricht. Ah, Endverteidiger. Rechter Verteidiger. Schönes Zeug. Ich glaube, einen Endverteidiger bräuchte ich sogar. Spielerverträge, ja. Plus sechs Spiele. Gut. Fitness plus 20 Fitness. Training. Auch mal eine ganz gute Waffe. Trikotsatz. Und 100 Münzen. Alles an den Verein setzen. Sehr gut. Und ich glaube, da könnten wir sogar noch, ja. Das reicht sogar noch für ein einziges Pack. Und nach diesem Pack tun wir mal die ganze Sachen aufrüsten. Also da mal in dem Verein. Alles optimiert für uns. Saat. Naja. Also. Spielerverträge. Managerverträge. Gut. Auch wenn dann schon das Druck hoch. alle den Vereinen zufügen. Wappen von York City. Ja gut, Reimundsen. In der Tat 2, er ist immer so was, will keiner verkaufen. Okay. Dann schauen wir mal. In der FVT Zentrale. Oder war das vielleicht, dass das unter... Genau, die aktive Mannschaft der FC random. Schauen wir einfach mal, was wir alles neu gekriegt haben. Und ich glaube, ich musste erst mal hern. Aber erst mal gut schon. Barty, rechter Verteidiger. Na ja. Spieler hinzufügen. Ich bin dann zufrieden über X. In meinem Verein suchen. Oh, 70. Gefällt mir. Nice. Aber schauen wir noch gleich nochmal. Alter Mann, das backt mit dem Spieler, mit den Ansichten hier. Alter. So. Ähm. 63. Rechter Verteidiger. So. Allerdings brauchst du jetzt hier noch... Allerdings brauchst du jetzt hier noch... ...brauchst... ...neinen Vertrag. Sechs Spiele, ja. Was können wir denn jetzt mal? Manager. Da dürfen wir noch welche haben. Vertrag 7... 41. Ich kenne mich damit jetzt zwar auch nicht aus, aber... Na ja, gut. Ja. Bewertung 64%. 200 Sterne. Chemie 44. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Und naja, wenn euch dieses Video gefallen hat... ...dann schon auf jeden Fall... ...auch auch mit den anderen Videos an. Und... Ciao.